Das könnte ein Problem sein, aber die allerwenigsten Hunde da draußen haben ja glücklicherweise nie ein Problem. Also könnt ihr bedenkenlos euren erwachsenen Hunden Welpenfutter geben. Hallo zusammen, servus, hier ist euer Tierarzt Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Heute geht es um die Frage Welpenfutter für erwachsene Hunde. Geht das? Ja und ich war die letzten Tage krank, hört man vielleicht auch noch ein bisschen, also so ganz fit bin ich noch nicht. Aber ja, bin schon wieder auf dem Weg nach oben und ich habe mir heute Verstärkung mitgebracht. Schaut mal her. Ja, den kennt ihr wahrscheinlich aus dem Video, das gerade, aus dem Werbespot, das gerade läuft bei TVA, beim Regionalsender TVA. Unser Werbevideo, auch hier auf YouTube, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch mal anschauen. Richtig cool geworden, haben wir ganz tolle Rückmeldungen bekommen, vielen Dank dafür. Und ja, sind wir auch sehr stolz drauf, ist wirklich ein toller Film geworden und der Bär spielt natürlich eine zentrale Rolle. Schaut euch mal an den Spot, wenn ihr es noch nicht getan habt. Zurück zur Frage Welpenfutter für erwachsene Hunde. Dazu erzähle ich euch von mir selber einfach was. Unsere eigene Hündin, die Paula, die ist neun schon, neun Jahre alt und die frisst seit vielen Jahren nur Welpenfutter. Warum? Die Paula hat ganz starke Allergien und zwar so stark, dass die sich die Haut von den Pfoten abbeißt, richtig blutig beißt. Da läuft das Blut runter, sobald die nur ein bisschen irgendwie ein Stück Fleisch erwischt, was sie nicht verträgt. Lamm verträgt sie nicht und Ente verträgt sie nicht zum Beispiel. Das sind die beiden Fleischsorten, wo wir unser Erwachsenenfutter von haben. Und das Welpenfutter ist mit Huhn und da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Also frisst die Paula unser Welpenfutter schon seit, weiß ich nicht, fünf Jahren, vier Jahren, so lange es uns halt gibt. Und die fährt super gut damit, das ist überhaupt gar kein Problem. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Umgekehrt ist es eher ein Problem, als wenn ihr einen Welpen habt. Und vor allem in der Hauptwachstumsphase, da wachsen die ja ganz, ganz stark und da brauchen die einfach ein bisschen mehr Proteine. Nicht viel, aber schon mehr. Und auch entsprechend Energie, um das alles umzusetzen. Auch ein paar Vitamine und Mineralstoffe mehr. Vor allem Calcium und Phosphor muss in einem bestimmten Verhältnis sein und auch in einer bestimmten Menge. Das alles braucht ein Welpe mehr als ein erwachsenes Tier. Also ist es nicht so gut, wenn ich einen Welpen oder heranwachsenden Junghund mit Erwachsenenfutter, ja, also wenn ich dem Erwachsenenfutter gebe. Umgekehrt ist es aber in der Regel kein Problem. Was heißt in der Regel, wenn euer Tier Nierenschaden hat, ja, zum Beispiel, dann könnte durch den leicht erhöhten Proteingehalt, ja, Gehalt, vielleicht, unter Umständen, warum vielleicht, weil es auch in der Humanmedizin noch gar nicht geklärt ist, ob ein hoher Proteingehalt wirklich zu einer Erweiterung des Schadens beiträgt bei der Niere. Zumindest muss die Niere dann mehr arbeiten, ja, und solange das nicht vollständig geklärt ist, würde ich eher abraten davon, ja, macht man auch in der Humanmedizin so, eher nicht so viel Proteingehaltung. Das könnte ein Problem sein, aber die allerwenigsten Hunde da draußen haben ja glücklicherweise Nierenproblem. Also könnt ihr bedenkenlos euren erwachsenen Hunden Welpenfutter geben, ja, das macht in den allermeisten Fällen. Überhaupt nichts aus und wie im Fall von der Paula, von unserer eigenen Hündin, ist es sogar ein Segen, ja, sonst könnten wir hier gar kein Futter geben von uns. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, diesmal kurz gehalten, ja, findet ihr ja, einige von euch finden es sehr gut, wenn die Videos sehr kurz sind, dann kann ich mich weiter erholen. Und nächste Woche haue ich dann wieder ein, vielleicht ein längeres Video raus. Alles Gute, bleibt gesund und wenn ihr schon krank seid, werdet gesund. Euer Tierarzt, Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Servus, ciao.